Da sind wir wieder. Jetzt haben wir mal was ganz Feines. Ja, das haben wir wirklich bei euch. Das ist wirklich bei Opa aus dem Keller hier. Definitiv. Jetzt sind wir nicht in der 70er und wir sind noch nicht in der 80er und in der frühen 90er, sondern wir befinden uns in den frühen Mitte oder was weiß ich 60er Jahren. Ich weiß gar nicht, wann die rausgekommen sind. Da müssten jetzt die Experten mal hier sich zu äußern. Ich glaube so Mitte 60, 65 oder was. Es gab aber glaube ich schon welche in den 50ern. Ich weiß es nicht, ist auch egal. Aber das sind hier die legendären Savi-Schwärmer. Ja, die sehen ziemlich porno aus. Und die haben hier keine normale Lunte. Die haben hier diese mit Schwarzpulver. Ja, so eine getränkte Zeugs irgendwie. So eine getränkte Tuch oder was weiß ich. Baumwolle. Ja, das ist auch mal was ganz anderes. Ja, und vor allem die Verarbeitung hier. Guck dir halt an. Lockgewürgt. Richtig hier noch mit Band drum. Mit Band drum. Also das ist richtig old school. Ja. Und die schwärmen nicht nur, die machen auch einen Peng. Die machen Peng. Und dann sind die ja... Nicht in der Hand. Steht da, ne? Ja. Nicht in der Hand bei Hand. Dann sind die ja irgendwann verboten worden. Ja. Beziehungsweise, dass die halt dann knallen. Wahrscheinlich werden die durchzünden beim Knall, aber egal. Aber sowas sieht man ja auch nicht alle Tage, würd ich sagen. Ne? Ja. Savi-Schwärmer. Ich lebe mich einfach mal fest. Ich glaube, die sind irgendwie von frühen 60er Jahre, glaub ich. Ja, aber die, wie gesagt, auf den Boden legen. Ja. Und dann... Dann zusehen, ob man da einigermaßen rauskommt aus dem Feld. Geht. Feuer? Hat er. Dreck? Läuft? Ja, ja, ja. Läuft. Gut. Ausnahmsweise mal. Hau ab von den Dingern. Ja. Ja. Boah. Und die haben sogar noch geknallt. Ja. Läuft. Läuft. Ja. Aber auch unberechenbar so ein bisschen, ne? Die auf jeden Fall. Obwohl, die geht ja nicht relativ gerade. Ich zue die mal so hin. Ja, aber dann lass mal an der Bock nicht machen. Ne. Ja, ist egal. Ist nicht drin. So. Boah. Boah. Der hat noch geknallt. Alter, war richtig, ne? Das ist das selten halt. Normalerweise verpuffen die nur so. Aber der war richtig laut, ne? Boah. Ne Kofani. Geil. Ja. Das war nochmal eine... Ja, das war nochmal ein Special, ne? Das war special. Das war special. Da haben wir was schönes altes gesehen. Das wären die 10.000 Abonnenten gewesen, aber die machen wir ja nicht mehr. Haben wir ja schon gesagt. Ja, wir hören ja auch. Wir hören ja auch bei 5.000. Genau. Nein. Aber, ähm, dann werden wir bestimmt jetzt wieder welche sagen, boah, sowas knallt hier weg. Sowas altes. Das kann doch nicht sein. Tja, das ist aber so. Ja, so sind die Pille-Männer. Die Pille-Männer sind halt Pille-Männer. Die Pille-Männer, die sind halt richtige Pille-Männer, aber die Pille-Männer sind einfach auch Gönner. Genau. Ist nur für euch. Und die Pille-Männer sind auch alt und die machen auch nicht mehr allzu lange. Also von daher. Ja, wie, also ne? Ab 5.000 ist Schluss mit lustig. Dann kommt ein Special-Video, was wir schon abgedreht haben. Ist schon im Kasten. Wir haben quasi das Testament schon gelegt. Ja, liegt schon beim Notar alles. Alles unter Verschluss. Unter Verfügung. Ja. Der hat dann, ne, wenn wir da nicht mehr sind, dann hat er unsere YouTube-Zugangsdaten. Genau. Ne? Trinkt sich ein Whisky dabei. Ja. Ne? Legt sich zurück. Auf euch. Aber ich kann euch sagen, das wird ein richtig richtig geiles Special. Das wird vom Feinsten werden. Also, lasst doch nicht Lumpen. Lassen wir die 5.000 da. Ehre. Ehrenwert wird das sein. Ja. So wie sich das... Abgang mit Würde. Ja. Natürlich mit Würde. Aber sowas von. Ja. Alles andere hat man von uns auch, glaube ich, nicht erwartet. Ja. Das war jetzt unser Teaser quasi zum Abgang. Wann der kommt, werden wir sehen. Ja. Kommt auf euch an. Also... Ihr habt's in der Hand quasi. Ja. So. Da gibt's schon welche... Oh, ich will das Video nur sehen. Scheißegal, ob die weg sind. Ja, eben. Oh. Erstmal alle anrufen hier hin. Nehmt mal schnell ein Abo. Dann soll das auch so sein. Genau. Es gibt gewisse Dinge im Leben, die kannst du halt nun mal nicht beeinflussen. Ja. Das ist richtig. So, nochmal hier schön. Ja. So, Sonnen ist untergegangen. Genau. Die Zeit. Und wir versuchen nochmal ein, zwei Videos zu knacken hier. Ja. Irgendwann ist auch mal Schluss hier, ihr kleinen Shitbüttels. Shitbüttels. Das ist alright. Irgendwann ist auch mal Schluss. Kleine Shitbüttel seid ihr ja. So. Und tüs. Genau.